Der gerechte Ausgang ist auf dem Weg, aus dem Weg, nie auf dem Weg, und zwar im Neumond Sonnenfinsternis am 14.10. gleichzeitig auch der Herbstbeginn. Ja, jetzt mit dieser Sonnenfinsternis sind starke Energien, vor allem auch heute am 12. und morgen am 13. unterwegs, der Gehängte und der Tod. Transformieren alles und die Sonnenfinsternis heißt nichts anderes als, dass die Sonne die Finsternis ablöst. Alte Karma-Verträge, wie schon in meinem Neumond-Orakel erwähnt, werden abgelöst. Ganzes Video, Clarissa M.seite, Lichtwegimpulse Atlantis YouTube-Kanal. Und jetzt geht's weiter. Wir sind ja jetzt im Oktober im Rat des Schicksals. Ja, und jedes Zahnrad bewegt sich in eine neue Richtung. Das muss uns bewusst sein. Vor allem im siebener Jahr kommt ja ganz viel Bewegung rein. Es hat schon viel Bewegung stattgefunden. Und auch wir sind in der Dynamik mitgegangen und haben uns in unserem Ying und Yang hell und dunkel oder dunkel und hell vereint. Und genau das findet jetzt statt. Wir nehmen eine neue Herzensperspektive ein. Wir erhalten die Erleuchtung. Siehst du die Sonne um den Kopf herum. Und diese dunklen Monate jetzt, Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März bis zum Frühlingsbeginn, zeigt ja auch die Birke an, die ja schon ab Januar es Blühen anfängt, das Licht bringt, wird uns diesen hellen Weg bereiten, den neuen Weg in eine neue Welt. Und neue Portale, neue Portale, neue Verträge werden jetzt auf unserem Seelenpfad im Miteinander zum Wohle aller eingegangen. Und in dieser Sonnenfinsternis am 14. haben wir die Mäßigkeit. Wir erblühen im neuen Licht. Wir haben einen Aufstiegsprozess hinter uns und werden automatisch jetzt in diesen glorreichen, die Treppen schön aufsteigen. Siehe, mein Neumondorakel, der Sieg ist uns gewiss. Die Gerechtigkeit, der gerechte Ausgang. Wir haben jetzt lauter Einserzahlen, lauter Magierzahlen. Jetzt im Oktober die Eins, jetzt im November die doppelte Eins, also die doppelte Eins, die Gerechtigkeit. Und wir sind im Waagezeichen, die Justitia, vor allem jetzt am Neumond am 14. sind wir in der Sonnenfinsternis-Waage angelangt. Ein sehr wichtiger Neumond, denn er löst eben oder hat jetzt auch schon bereits diese alten Karma-Verträge aufgelöst. Wir gehen neue Verbindungen ein, neue Seelenverträge, einen neuen Lebensabschnitt wird wahrgenommen. Und die Kraft wird uns durch den Magier verleiht, der alle Elemente in sich vereint, ob es das Schwert, der Kelch, die Münze oder der Stab ist. Ja, Stab, Feuer, Kelchgefühle, Wasser, dann die Münze, Erde und vor allem das Schwert, der Geist, die klare Geistesausrichtung. Dementsprechend alles ineinander vereint, bringt uns jetzt dieser Neumond-Waage mit sich. Wünsche werden erfüllt, Seelenverträge werden erfüllt, jetzt geht es auf neuen Wegen und vor allem, du darfst heute nochmal ganz tief in die Meditation mit dem Gehängten eintauchen, wenn du magst und deine Herzenswünsche nochmal ganz klar definieren. Denn der morgige Tag am 13.10. bringt uns nochmal diese Transformation ganz tief, ganz leidenschaftlich, ganz emotional an die Hand, um dann im Waage in dieser Sonnenfinsternis zu transformieren. Alles vorher gemischt und auch dementsprechend ausgelegt. Und jetzt von Ciro Machetti, nachdem ich diese wundervollen Karten von Julia Aurelia hier nochmal darstellen darf, gibt es jetzt von Ciro Machetti noch ein paar Liebesbotschaften an die Hand zum Neumond in der Sonnenfinsternis. Was darf sich jetzt erfüllen und zeigen? Ihr seht's, ich habe gemischt und ziehe jetzt live. Die Liebe, die Vereinigung, es wird alles miteinander in dieser Kraft vereint und die neue Seelenausrichtung und die neuen Seelenverträge gehen in die Herzenserfüllung hinein. Ja, vor allem im Achterjahr, denn die 24, 20, 24 deutet auf das Achterjahr hin. Kraft macht Lust, Infinity, die Acht, die universelle Acht. Ich ziehe gleich nochmal eine Karte, damit ihr das seht. So, ja, und da kommen ganz viele Botschaften auf uns zu. So, vielleicht auch schon heute in der 12, am 12.10. wirst du Mitteilungen, schnelle Mitteilungen im 7. Jahr erhalten. Ja, das wird aufregend. Das wird aufregend. Ich ziehe gleich nochmal für die Liebe jetzt zum Neumond. Und ja, ein treuer Gefährte meldet sich und zeigt sich ganz deutlich jetzt diese Woche im Rat des Schicksals im Oktober der 10 und bekundet seine Treue und seine Gefühle. Das Alte darf hinter sich gelassen werden, vollkommen hinter sich gelassen werden. Jetzt ist mir mein Mikro runtergefallen. Moment bitte, damit es nicht so raschelt. So, und was noch? Aus Dunkel wird hell und der Kompass wird neu ausgerichtet. Ja, die 24, die 42, also alles wird jetzt vorbereitet für das Achterjahr. Und da kommen doch ganz viele Bekundungen rein, ganz viele Botschaften. Ja, vielleicht auch ein Telefonat und ein Brief oder einfach eine Liebeserklärung. Und man entscheidet sich für den neuen gemeinsamen Weg. Den Status Quo wird jetzt ganz klar definiert. Wow, mit einer Einladung, mit einer Bekundung, mit einem Telefonat oder einem Brief. Namaste, Claire.